So, ich musste mal wieder raus, nach langer Zeit. Und wir haben so ein bisschen Stress mit dem Umzug. Jetzt haben wir die ganze Zeit da in der Wohnung rumgepuzzelt. Ja, dann habe ich gedacht, jetzt muss ich mal ein bisschen raus. Ein bisschen fliegen gehen. Und ich habe gedacht, ich gehe da mal so ein bisschen hier in die Nähe vom Bismarck-Turm. Am Möhnesee gelegen, oben auf der H. Einfach mal ein bisschen wieder frische Luft tanken. Ein bisschen auf andere Gedanken kommen, als immer nur renovieren, Umzug. Jetzt haben wir so viel Pech gehabt bei der neuen Wohnung, dass da so viel Schimmel ist. Naja, das wird aber auch alles wieder. Eines Tages sind wir dann in der neuen Wohnung. Einfach mal, um den Kopf freizukriegen, habe ich gedacht, jetzt musst du mal raus. Nimm die Drohne mit, auch wenn das jetzt nicht so schönes Wetter ist. Einfach mal losfliegen. Hauptsache es ist trocken. Und du bist so schönes Wetter. Und du bist so schönes Wetter. Und du bist so schönes Wetter. Jetzt schon wieder Signalstörungen. Altydundy Bis zum nächsten Mal. Es ist zwar nicht so schön lauschig hier, so direkt auf dem H-Weg, hier ist doch einiges los. Vielleicht fahre ich jetzt noch zu meinem Lieblingsflugplatz. Es ist schön, wie der Himmel langsam wieder hier aufklart. Das ist aber auch nur für kurz. War für mich ein Grund genug, einfach mal wieder rauszugehen. War für mich ein Grund genug. Ich wollte nämlich nachher an meinem Lieblingsflugplatz noch so ein bisschen mal die Litschi App ausprobieren. Ja. 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 Dann gehen wir an Navigation. Was muss ich denn da tun? Was muss ich denn hier tun? Ja, ok. Dann machen wir es doch ganz anders. Fluggerät nicht verbunden. Genau. Dann nochmal. Die Lücke. Dauert ja ein bisschen. Fluggerät verbunden. Gimbal blockiert. Och. Gucken wir mal. Gimbal immer noch blockiert. Dreh ich mal um. Was ist das? Was zitterst du? Ok. Dann gehen wir nochmal wieder runter. Ach. Ach. Minas. Wat macht ihr denn hier? Oh. 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 So. Oh. Oh. Na ja. Ich geh jetzt mal da hin. So. So. Jetzt sind wir dann doch lieber hier auf dem Weg. Rudi. Rudi. Nochmal. Ganz schön am Kämpfen. Das ist doch ziemlich windig. Das ist doch ziemlich windig. Na ja. Kost. Leine. Na ja. Stählings. Ja. Ja. Na ja. Das ist doch schon. Na ja. Die Wind ist ziemlich frisch. Das ist auch gerade irgendwas mit 8 Grad oder so. Die Wind ist ziemlich frisch. 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 Die Wind ist 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 frisch. Ich stelle mir das krase Schiffstück vor. Wir sind am Strand. Und dann kann man schön sehen, wie die Anke und ich am Strand spazieren gehen. Ja, ich brauch ein bisschen. Ja komm, los. Ja, das war aber schwach. Was passiert, wenn ich am Sportmodus gehe? Ach ja, reagiert jetzt gar nicht. Ein bisschen unterbrochen. Aha, okay. Start. Ach so, es muss auf P bleiben. Alles klar. Und das ist das Folgen. Ich mache nicht nur wieder noch nix. Dann möchte ich von Folgen auf Track gehen. Und das geht jetzt wie? Folgt er mir jetzt trotzdem? Nö, ich gehe jetzt hier aus dem Bild. Oder muss ich erst mal das Folgen beenden? Es ist schon beendet. Okay. Ob ich das klar habe. Fokus. Start. Ich verstehe nicht. Point of Interest. Ach, Mobilgerät. So, Entschuldigung. Ich gehe da jetzt mal wieder hin. Die Kamera verfolgt mich. Nichts. Ich gehe da jetzt immer wieder hin. Die Kamera. Der Kamera. Der Kamera. Der Kamera. Der Kamera. Die Kamera. Der Kamera. Der Kamera. Und das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Irgendwie haut das mit dem Ding hier nicht so hin. Irgendwas mache ich wohl falsch. Komisch. Da ist dann das Folgen insofern besser. Das ist ein Kuchen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 ja kommst du jetzt? oder was? ja du, Haarschlägen ach das kippt mir einer an rotzjöre ich darf diesen Pin hier nicht machen ja mach ich den nämlich weg, den Pin jetzt funktioniert das das würde ich aber ganz gerne wir schauen mal da runter geht aber nicht, heißt ich muss das hier einstellen ja 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 ach ja, das ist auch nett wir gehen auf sie zu sie fliegt zurück das ist schön am Strand das hat was echt cool ja, so langsam wird's ja, so langsam wird's das ist toll, das gefällt mir ja könnte man auch mal beim Laufen wenn wir beide laufen die einfach mal vorweg fliegen lassen und hat uns immer im Bild ja, ist geil ok jetzt wollte ich nochmal also das mit dem Track das verstehe ich nicht vom Homecopter Ausrichtung ich mach jetzt mal die Mobilgerät Ausrichtung ich mach jetzt mal die Mobilgerät Ausrichtung Das fliegt dann einfach nur an mir vorbei und macht nichts. Ja, bleibt mir noch mal der Fokus auf das Mobilgerät. Obwohl, mich würde auch interessieren, Point of Interest, das wäre ja dann eigentlich ich. Dann kann man ja hier die Steuerknüppel Geschwindigkeitsbegrenzung reinmachen. Mobilgerätausrichtung, genau. Start. Mal gucken, was jetzt passiert. Gar nichts. Was ist das denn jetzt? Dann muss ich doch in der Einstellung was anders machen. Eigentlich bin ich doch der Point of Interest. So, jetzt dreht sie sich sofort um, wenn ich aufs Mobilgerät schalte. Point of Interest. Ich bin der Point of Interest hier. Hallo. Oder nicht? Ich bin wichtig. Ich kann die Steuerknüppel bewegen, wie ich will. Da passiert nichts. Ja, ich weiß. Ja, pass mal auf, dann stoppen wir das jetzt. Gehe ich wieder aufs Mobilgerät. Start. So, geht auf mich zu. Das ist auch ganz ruhig. Ich weiß. So, dann wollen wir mal eben, ich habe schon wieder vergessen hier. Aufnahme zu unterbrechen. So, mal eben kurz aus. Da ist er doch, meine ich doch. So, okay. Haben wir. Dann möchte ich jetzt den Wegpunkt. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal starten. Okay. Dann. Wegpunkt. Ich habe da jetzt so einen Monsterwegpunkt gemacht. in der Hoffnung. Wie sieht das? Oho. Ja. Wir sagen. Give me all your loving. Ich bin mal gespannt, was passiert. Aber. Ich bin mal gespannt. Aber. Ich bin mal gespannt. Fuck. Da. Mach mode wenigstласen. Das war's. 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 Das war's.